Alter! Alter! Wie der mich instant fast killt! Ey, was machst du hier? Ja, ich glaub die sehen uns nicht auch. Scheiß einer hat mich gesehen. Ja, wer ziehen kann, ist klar im Vortrag. Ja, nix gewesen, ne? Oh, scheiß einer da oben. Scheiße, der kann mir nen One-Shot geben, Mann. Aber einen hab ich gekriegt. Einen hab ich gekriegt. Granate! Einen hab ich platt gemacht. Noch eine? Was, ich brauche du mal nach hinten. Ja, gute Granate. Ist da oben, das weißt du schon. Ich komm auch, ich komm auch. Komm zu euch. Was sie du hältst drauf, die ganze Zeit? Wo sind die? Auf dem Dach oben. Ah, gefunden! Oh, sorry! Ich hab voll wilde Schuss gelaufen. Oh, hinten, hinten, hinten! Da kommen noch mehr, da kommen noch mehr. Ach, das sind andere oder was? Granate, Granate. Ja, wir haben sie gut wie verloren. Ah, scheiße. Granate! Du hast verloren. Egal. Ähm, wir brauchen ein Auto. Da vorne ist ein Auto. RENN! Wir müssen jetzt immer gerade zur Revier, weil dann kaufe ich mir mal die Sniper. Kennt ihr mir die anderen Waffen abgeben? Ich glaube nicht, ne? Ich glaube nicht, ne? MEIN SUV! Ksch! Den hab ich hier noch geparkt, Mann. Steig ein. Steig. Danke. Der ist voll im Arsch. Ja, egal. Da ist der Tank. An der Tank kann man... LOL. Maloy sollte er sich jetzt reparieren, ne? Mach der. Ach so. Hab ich gar nicht gescheckt, dass man hier an der Tank reparieren kann. Ah, nice. Einer hat's geschrieben hier. Korach hat's geschrieben wegen Closed Beta. Sofort alle wirklichen Leute wieder hier im TS. Da hinten ist... Nein, nicht bereit. Alter! Oh. Der hat auch so irgendwie ne Fast & Furious Anlehnung gemacht, ne? Nur, dass er nicht driften kann. Ja. Nur, aber er hat ein geiles Auto. Wow! Leck! Egal, egal. Perfekt geparkt. Oh, wo ist denn hier der Händler da? Ja, echt perfekt. Kann ich mir jetzt eigentlich mal Sachen anziehen? Er will nicht mehr nackt sein. Gibt's das überhaupt? Er will nicht mehr nackt sein. Alter. Ja. So, war das die Sniper, die du hattest? Kommt drauf an. Wie heißt die? Ja, das könnte... Ja, das ist die. Boah, die sucht ja echt fast gar nicht ran. Ja, aber sie... haut ziemlich rein. Was ist das für der Sniper, die dich in die Posten überhaupt nicht ran sucht? Ich hab zu wenig Kohle, wir müssen noch ein paar Leute abmoxen gehen. Hab fast keine Muni verbraucht. Ich... ich... ich hol mir mal, ähm... ...Marten. Kommt ihr? Ja, Moment. Granaten holen. Ich hab genug Granaten. Was? Was kann man mit Equipment eigentlich so machen? Was für ein Equipment? Ja, hier gibt's Equipment einfach zu kaufen. Man kann sich Handschellen ja auch kaufen. Man kann die ja alle festnehmen und so. Echt? Ja. Hab ich noch nie gemacht. Ich baller die einfach um. Weiß gar nicht, wie das so richtig geht. Das... ist ab Level 5 kann man das... Equipment kann ich noch gar nicht benutzen. Das ist ab Level 5 irgendwie. Kommt ihr? Kommt gleich. Modifications. Ich bin übrigens der der Hoop, ne? Ja, ja. Ich bin leiser, bitte. Dann kommt gleich. Okay, ich muss dann auch gleich mal, äh... ...runter gehen da, weil die was besprechen wollen. Super, Wasti. Ja, dann können wir mal ein bisschen weiter zocken. Ich und dann... Ja, ich bin... Ja, dann macht ihr beide so lange ein bisschen alleine ohne mich. Nee, es kommt. Warte, warte. Warte, gleich. Mach jetzt noch eine Mission mit und dann... Ja, ich denke eine Mission... ...und danach werden wir uns darauf belassen. Komm Nies, jetzt schwingen die Rufe. Naja, komm nicht, komm nicht gar mal. Drück auf mal K. Ich kann nicht laufen, was... Ich kann nicht laufen, ehrlich. Ich mach ihm die Türe auf. Meine Tastatur irgendwie. Und meine Maus. Kannste jetzt laufen. Hä? Nein. Jetzt. Weiß ich nicht. Ich bin tot. Faktiv. Hehehe. Ja. Vielleicht war's ja am Bug. Vielleicht könnte er nur durch Sterben wieder behoben werden, weißt du? Ja. Okay. Ja! Ich hab den Bug gelöst! Hopp rein! Drückt alle K, schnell! Alter, wehe! Jemand stürmt gleich in mein Zimmer! Wehe! So, wir haben noch gut 13 Minuten! Und dann müssen wir durchsehen mit der Mission, also gib Mission her! Die Rampel! Die Rampel! Ah ja, das ist die! Oh, hier hat jetzt dieses gefällt letztes Mal! Ja! Noch eine, noch eine! Fällen so? Nein, nein, er steckte da irgendwie fest in dem Ding jetzt drin! Er hätte den Sprung nicht ganz geschafft und hing in dem Träger fest! Lol, da ist ein Tiger-Auto! Tiger-Enten-Auto! Au! Alter, kommt heute mal eine Mission oder was? Oh! In den Mann rein! Aber... Ey, warte! Ich kann dir mal kurz demonstrieren, wie ich gestern geparkt hab! Ich hab hier zwischen der Laterne geparkt! Das Auto stand hier so quer! Oh Gott! Ach so, das hab ich doch gesehen! Hab ich doch gesehen! Ja eben! Es sah übelst awesome aus! Ah, wir haben sogar eine Mission! Da hinten wieder Razzia! Jawohl! Haben wir schon einen Gegner? Ne, ne! So! Frag die Police! Fick deine Mutter! Oh, der Tiger-Razia auch noch! Nie gehabt! Alter! Zieh an! Die Karre zieht nicht mehr! Nein, weg! Zieh durch! Ich geh hier rein! Ja, jump halt raus! Au! Ja, fahr halt dagegen! Sorry! Oh, ich bin da! Ja, wir kommen mit dem Auto mal hoch, ne? Ja! Noch eins! Ich hoffe, da unten gibt's irgendwie eine Rampe, um auszusteigen! Unten! 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 Wir fahren mal! Okay, ich hab die Sachen! Ich fahr mal runter! Hier unten gibt's glaub ich irgendwas zum Aufnehmen! Ja, ich muss da hinten was abliefern! Da! Auto! Ach jo! Ach, gut! Da hinten der andere! Was muss man hier denn mitnehmen? Ach, wir müssen... Wir müssen die Karre mitnehmen, oder wat? Ja! Wohin wir bringen? So! Ah, da nach F! Okay! Okay! Haben wir Gegner? Nee! Gut! So! Lass fliegen! Ich wollte hier eigentlich rausjumpen, aber wenn wir den abliefern sollen, lieber nicht! Jagen springt raus, ne? Äh, ne, ich fahr hier! Okay! Jetzt haben wir gegner! Jetzt müssen wir... Gut, ja! Jetzt müssen wir Vollgas geben! Au! Abliefern! Ablegen! Da! Ja! Ja! Wir haben zwei Gegner! Sollte machbar sein! Alter! Ja! Bei mir fährt einer grad ein Gegner her, der übelstes getuntes Auto hat! Okay! Ich werd von dem gejagt! Hier ist der! Los, töte dich! Ach, scheiße! Hier ist das Auto! Was willst du noch mehr? Ab ihn! Ach du! Okay! Keine! Zweiter Auto ist auch im Arsch! Der Typ mit der Fasten-Furious-Lackierung! Ah, der Gegner! Alter! Boah! Der hat mich schon an der Mission! Deine Mama, ey! Nur weil mein Magazin leer war! Leer war! Leer war! Eines im Mund! Ich dachte da oben! No! Ähm! Spawn! Spawn! Da hinten müssen wir irgendwas abliefern! FEEG DICH! Wir müssen noch mal was abliefern! Noch mal ne Karre! Drop off! Drop off und deliver! Nice! Ja, ich nehm die... Fick dich! Fick dich! Fick dich! Okay, ich geh schon mal zum Drop off! Hier, hol die Karre! Alter! Ja, eine Karre ist für'n Arsch! Ich sicher den Abliefernpunkt ne! Bin da schon! Ja, ich bin da auch gleich! Mit dem Auto oder ohne Auto? Ja! Basti! Was denn? Du solltest die Autos holen! Eins! Ihr beide solltet die Autos holen, sag ich ja nicht grad die ganze Zeit! Ich war dabei, bis so'n schießwürdiger Vollmongo kam und mich umballern musste! Ich bin grad auf dem Weg dahin! Basti, ich schwing die Hufe! Ja, ich bin dabei! Hey! Basti, dummes Kind! Ah! Ja! Verarschen! Alter, zahlt doch noch mehr für das dämliche Spiel! Also ich find echt, man kann's übertreiben mit dem Pay to Win, eh! Ich find nicht, ich find die Autos. Wir verteidigen die Autos so richtig. Mhm. Nein, die sind ja nur die Zweiten. Sie sind beide bei einem Auto. Nämlich bei... Bei... Was ist das? Ich seh die! Ich find die Autos. Und doch dann schon mal das andere. Ok, ich komm dann wieder. Krieg ich! Ja, da kommt der Schiff! Schweinehund. Habt ihr? Du kannst nicht durch das Auto durchschießen, Kollege. Er versucht durch das Auto durchzuschießen. Ich bin tot. Steppst du heute noch? Ich bin tot. Ist übel ätzend, ne? Wenn man sich hinter so'n Auto deckt und schießt auf den, auf einmal... Oh, ähm, ich muss mal weg, ne? Ich komm jetzt von der anderen Seite. Ja, natürlich. Das Auto, du wirst angeschossen und fährst trotzdem einfach weg. Pinker Fokus fuhr grad an mir vorbei. Fünf Minuten haben wir. Eine. Also auch für die Mission jetzt. Alter! Ja, ich bin grad bisschen schlecht. Muss ich zugeben. Habt ihr eingekillt habt das eine Auto? Perfekt. Ja, natürlich. Das Auto explodiert. Weil der noch ne Granate dahin geworfen hat. Ist ja logisch. Du kannst nicht zielen. Du kannst nicht zielen. Du kannst nicht zielen. Ja, wie kalt das ist. Verpiss dich! Jo, er mäht hier ein paar Sand nach dem anderen um. Alter, der... Der hat bestimmt sein ganzes Taschengeld oder so wie das Drecksspiel ausgegeben. Der Auto dann explodiert es auch endlich ey. Gut. Die Mission ist durch. Heute haben wir noch nicht wirklich was Produktives geschafft. Aber trotzdem war's das erstmal für die erste Aufnahme von APB Reloaded. Ich hoffe euch hat's gefallen. Wie gesagt, ähm... Steam-ID von mir ist in der Beschreibung. Und ähm... Ja. Könnt mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr von dem Spiel haltet. Ja. Ob... Ihr euch noch mehr Parts wünschen. So werden auf jeden Fall noch ein paar kommen. Ja. Meiner Seite auf jeden Fall. Mir hat's Spaß gemacht. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Jo. Tschüss.